Hallo und herzlich willkommen zum heutigen LoL Champion Quiz. Wir haben heute den Wirf Deine Jahresvorsätze über Bordtag. Es ist der Tag, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man irgendwie die guten Vorsätze oder so nicht mehr ganz einhält oder denen nicht mehr regelmäßig nachkommt, dann kann man den heutigen Tag nutzen, um sein Gewissen zu erleichtern und die Vorsätze über Bord zu werfen. Ich habe das ja schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass ich das eh nicht so wirklich mache mit neuen Vorsätzen, weil warum sollte man es ausgerechnet dann im Neujahr machen? Das sehe ich den Sinn nicht ganz hinter. Darum starten wir auch einfach hier direkt mit den Champions. Wir wissen ja jede Menge. Dann Jinx. Kein Human, okay. Lulu. Okay, wir wissen auf jeden Fall, weiblich Support, Mana Ranged 2012, das bringt mir wahrscheinlich nicht ganz so viel. Aber weiblicher Support, der kein Human ist. Suraka? Wobei, ich glaube, das Release ja passt doch nicht. Ja. Ärgerlich. Yumi, habe ich keine Ahnung, wenn das Release ja war. Die ist doch so neu. Okay. Das ist jetzt irgendwie älter in Erinnerung. Aber egal. Wer könnte es denn noch sein? Lux Morgana sind Human mit. Ja. Ich bin mir bei Morgana gerade nicht sicher. Okay, war wirklich Human mit dabei. Können wir mal kurz einen Hinweis angucken. The Forest holds many surprises. Das ist Zyra. Aber ich hätte... Stimmt, die ist unknown. Ich hätte gesagt, das ist auch irgendwie so ein Mix aus Mensch und irgendwas. Bei die Power of the Stars. Ist nicht so. Okay. Finde mir noch Suraka ein. Ist schön. By the Power of the Stars. Kann das sein, dass das die B von Echo ist? Ist zumindestens gerade nicht. Oder hat noch wer anderes? So eine Sphäre da. Ich habe nämlich gerade... Oder... Ich habe im ersten Moment gerade gedacht, ob das hier quasi... Dieser Silence ist von... Von Suraka. Aber das wäre ja ziemlich dämlich, wenn wir die gerade erst hatten. Ich glaube, so Überschneidung gibt es nicht. Und ich meine, das war die B. Sehr schön. E war, glaube ich, dieser komische Dash. Die Q war halt... Ja, dieses Projektil nach vorne, was dann wieder zurückkommt. Quasi wie bei Ari. So eine Maske. Eine Maske. Shyvana. Syndra. Soll das irgendwie sein für Nahkampf oder für Schwert? Velveth. Velveth. Eine Uhr? Okay, also ich kenne die Emojis leider nicht so genau, auch wenn ich die gerne mal in den Titeln mit einbaue. Jetzt ist halt die Frage, gibt es von dem ersten mehrere Farbvarianten oder soll das auf das Lila abzielen? Ich denke schon, weil hier so eine Kugel ist. Weil es Sünderer nicht ist, fährt mir zumindest gerade kein anderer ein, der einen Ball oder sowas hätte. Aber mir hätte ich gesagt, vielleicht soll es Übereinstimmung sein, dass es für Lila ist. Das wäre so für mich Void, so vom Thema her. Dann könnte das Schwert oder das Messer sein für Nahkampf oder vielleicht wirklich, dass ein Schwert benutzt wird. Kann es ja eigentlich nach der Logik nur noch Kasadin sein. Aber was haben die Uhr und die Augen damit zu tun? Soll die Uhr vielleicht sowas sagen wie, dass es immer schneller geht mit dem Hin- und Her-Porten da mit seiner Ult? Oder dass man so Zeit braucht zum Scalen? Weiß ich nicht. Die Augen, die kann ich mir gar nicht erklären. Vielleicht so dieses Panische hin- und hergegucke, über welche Wand springt er jetzt? Das müsste Orn sein. Der Donner-Lord. Sehr schön. Ja, dann haben wir das auch wieder. Bisschen verkackt bei den Emojis und bei dem Classic-Mode. Aber, ich denke mal, das hält sich in Grenzen. Ihr habt ja jetzt die Musterlösung. Ihr schafft es besser. In dem Sinne, haut rein und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.